hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer tomtomsen hier bei let's play today mit rambazama durch die gamerwelt wir machen weiter wo mir stehen geblieben sind es ist direkt im anhang weil es gewünscht wurde dass ich doch gleich noch die nächste folge spielen soll also mache ich das mal chloe you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life it's so not fair i got to blame somebody otherwise it's all my fault wer hat erwachsen keiner ist schuld ich würde sagen keiner ist schuld it's just life shit happens it's nobody's fault blablabla as mr jefferson was a and in kate marsh yes kate marsh killed herself she's dead such sad okay that doesn't make me feel better about my fucked-up life get it so who do you most want to blame my fucking dad of course hello you blame david i said my dad my real father who got himself killed for nothing not the human placeholder for joyce chloe your dad didn't choose to leave you i know that max my mom actually blames herself just because she wanted a ride home from work sometimes even i blame no you don't yes max i do do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid and he never does no of course not but i was with you that day it was just a terrible accident i wish that made me feel better but ever since he died my life is been dipped in shit ja ich könnte jetzt mal so nebenbei erwähnen dass es bei mir eigentlich dasselbe war aber was will man daran ändern es ist halt dies ist wenn der vater stirbt dann stirbt der vater was willst du dagegen machen daran hat keiner irgendeine schuld also verstehe ich ihr ja ich verstehe sie schon aber ich verstehe das verhalten halt nicht von ihr und naja you don't want to hear this but you're still here alive with me and that is no accident you're right i don't want to hear this chloe i can't do this out on my own i need you with me and rachel needs you ich muss sagen dass trittig dritte kapitel ist sehr lang also ich sehe noch kein ende kommen oh my god what is happening now oh my god what is happening now alter um alter met Was ist denn jetzt los? Ich hoffe, dass die Flasche nicht schrauben dich, Max. Das ist ein Keeper. Nicht bis ich sehen es erst. Du kennst die Regeln, Dad. Max, sag ihm. Oh, hey. Du bist völlig pale. Du bist okay? Ja, ich... Ja, ich bin okay. Okay, Chloe. Gib mir die Schmerz oder Schmerz. Well, ich könnte das einfach nur in den Family Album geben. No, was ist das? William ist hier. Ja, und Chloe ist nur ein Kind. Bin ich so weit zurück in Zeit? Du meinst Pancakes? Ich bin 18 Jahre alt in meinem 13-Jährigen-Sorten. Wie? Wir. Ich volunteer, die Ecke zu brechen. Alter, krass. Wir sind jetzt so weit in der Zeit zurück, dass wir wieder 13 sind. Heftig. Ich bin, wenn deine Mutter ist weg. Ich werde sie wissen, dass. Jetzt bin ich ein Bild. Stich ein Bild. Mach mir eine Star. Mach mir einfach mal jung. Ich bin ein Bild. viel glück mein liebling wir sind so stolz auf deine beförderung du bekommst eine woche lang two wales waffeln in deinen eigenen haus deine dich liebende ehegatten wo sind die schlüssel wir beobachten das alles klar wir schwulen zurück nehmen die schlüssel geht das gar nicht ich wollte nicht so weit zurück schwulen wir können wissen wo die schlüssel sind aber wir können nichts machen oh hello hey honey just making a fabulous breakfast with chloe and max we're all going to work at the two whales what oh i didn't know you had to get groceries of course i'll come pick you up now an excuse to get a mocha be there shortly love you excuse me ladies i have to go rescue yonder queen at the save mart she don't have many bags of delicious grub for us to feast you're ridiculous you'll be grateful for that someday shit where are my keys that's a dollar for the swear jar you mean your college fund he's please aha you can't hide from me forever now lock up after i leave play nice try not to destroy too much of the house and no chloe and max wine tasting session dad don't blow it because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert max max you'll be here too right she's never leaving me that makes all of us i have to try i have to i was put here to use this power to save william for chloe try not to destroy too much of the house and no chloe and max wine tasting sec um irgendwie müssen wir das ja verhindert kriegen cool for that someday shit where are my keys score four hour for the swear jar ah jetzt er hat bestimmt einen ersatzschlüssel shit where are those keys another dollar for the swear jar you're bankrupting me max this is not the best time for a prank keys please uh i was just um are you sure choice is ready uh let's just let's just wait i um sorry here i'll get you back someday and no chloe and max wine tasting session chad don't blow it because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert max you'll be here too right she's never leaving me that makes all of us i have to do it now not so that there's such a sensor inside not i have to try i have to i was put here to use this power to save william for chloe be grateful for that someday shit where are my keys that's a dollar for the swear jar you mean your college fund keys please i know i have those keys right here i know it forgot all about you little buddy release the keys of course last time i ordered from spy guy electronics you can take the bus right the stop is right down the street this i can do good call max oh yeah the bus is great it comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and joys and groceries and and it'll save the environment you sold me already i'm off to yonder bus stop joys will love this max you are being so fucking strange you feel okay chloe i am awesome we are awesome have we now changed the time? have we changed the future? have we changed the future? have we changed the future? it looks like a headband i knew you could talk about that i'm not paying you 150 dollars for an office i heard that those vortex companies are fired dude the service fee is like 50% hello are you even listening maxine? all my friends in la told me that oregon was going to be wet and cold every day never maxine i know sorry mad max you're not pissed at me right right? do you want to go hit the girls potty and smoke a piece pipe? i think max is high she's acting like so weird you cool max? nobody listened when i said we shouldn't let her in the vortex courtney you don't want anybody in the club like whatever bitch what was getting here up he hooked up with stella oh no this is totally fucked up what else have i changed? chloe chloe go oh no this is my which is my own oh this is my own oh no this is my old alt lebt anscheinend wieder. Wir sind im Vortex Club. Ich frage mich, hat das jetzt so einen krassen Einfluss genommen? Das ist ziemlich heftig. Alter, das ist gerade richtig krass. Das ist gerade richtig extrem krass. Also heftig, übelst heftig. Er ist Busfahrer. Warum ist er auf einmal Busfahrer? Ich meine, und vor allen Dingen, lebt die Kate jetzt wieder? Da, die fangen Fische, das hat sich alles geändert. Nee, alter, doch nicht. Alter. Da sterben Wale. Oder so. Ich weiß es nicht. Oder die tun Wale fangen. Was ich nicht für gut heißen kann. Das zweite ist, wir haben ja jetzt die Gegenwart so extrem krass verändert. Weiß Chloridas. Oder steht das Haus leer? Vielleicht ist sie gar nicht mehr da. Ja, an dieser Stelle sollte eigentlich Musik sein. Muss ich mich nochmal für entschuldigen. Schlorfeild. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? Hm. Wir denken, wir würden nie wiedersehen, wenn du wieder nach der großen Stadt weg bist. Nein. Ich würde das nie tun, zu Chloe. Speaking of, ich weiß, sie hat sich schon zu sehen. Hold on. Chloe! Du hast eine Besucher. Alter. Alter. Alter, ich krieg grad übelste Gänsehaut. Was ist denn da los? Boah. Das ist der übelste Moment grad. Alter. Wie heftig ist das denn? Ja, die Chaos-Theorie. Und das war's. Boah, ich hab immer noch übelst Gänsehaut. Das hört auch grad gar nicht auf. Das, äh... Alter, wie krass. Das ist grad so heftig. Wir haben den Vater gerettet. Wir haben die komplette Gegenwart verändert. Und die Chloe sitzt im Rollstuhl. Die Frage ist, was ist da passiert? Wieso sitzt sie jetzt im Rollstuhl? Was haben wir da, äh, angerichtet im Endeffekt? Indem wir den Vater gerettet haben. Und wieso sitzt sie im Rollstuhl? Also... Das ist grad richtig heftig, ne? Also ich weiß nicht, was ich davon jetzt grad halten soll. Das ist total krass. Die sitzt im Rollstuhl. Die ist... Die kann... Anscheinend gar nichts mehr bewegen. Großartig. Alter Schwede. Also Respekt an die, ähm... Hersteller von diesem Spiel. Also... Was da alles passiert, das ist schon sehr krass. Ich werde diesmal die Folge, ähm... Vorzeitig beenden. Ähm... Ein bisschen kurz heute. Aber ich werde dann die nächste Folge mit dem neuen Kapitel starten. Und... Ja... mit diesem extrem krassen Ende. Was mich, äh... Sehr, sehr... Überrascht. Und... Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was da jetzt passiert ist, genau, dann schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder ein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und... Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.